Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschaltet hier bei dem ersten IKK Soccer Talk hier in der Soccer Star Arena in Saarbrücken. Fußball News Saarland ist das Online-Magazin für den Saar-Fußball. Mein Name ist Cedric Stoll, ich bin Mitglied des Teams von Fußball News Saarland. Wir möchten euch zukünftig einmal im Monat dieses Format hier anbieten, der sogenannte IKK Soccer Talk. Dazu laden wir uns immer Gäste ein. Heute bei uns Marc Birkenbach. Den hat man mir eigentlich dauerhaft an die Seite gestellt, dass ich hier nicht so viel rede und auch immer beim Thema bleiben. Marc Birkenbach brauche ich da nicht vorzustellen. Ein bekannter Torwart, viele Ligen gespielt, eigene Torwartsschule. Und in der Mitte holen wir uns immer einen externen Gast, jemand Neutrales. Und wir hatten uns gedacht, wir bedienen uns dann direkt im Herzen, und zwar im Herzen des Fußballs in der Schröder-Liga Saar. Timon Seibert ist bei uns heute, den ich ganz herzlich begrüße. Und nicht fehlen darf natürlich unser Phrasenschwein, das mir hier zur Seite gestellt wurde, von der IKK. Lassen uns überraschen. Wer muss heute einzahlen? Am Ende, wenn ein Jahr rum ist, wollen wir das einem karitativen Zweck spenden, das Ganze. Und haben eigentlich gedacht, dass wir heute noch eine ganz lockere Runde halt machen, um halt die ersten Themen abzufangen. Wir wollten immer halt recht aktuell sein, aber jetzt sind schon fünf, sechs Spieltage der aktuellen Saison rum. Und ja, wir wollen anfangen mal zu schauen, was war in den letzten fünf, sechs Spieltage so passiert. Und fangen wir mal an, insbesondere in der Schröder-Liga. Da kommt ihr beide ja her, da kommst du ja her, Timon. Weiß aber auch, dass du mit deiner Mannschaft schon Regionalliga gespielt hast, Oberliga. Werden wir uns gleich nochmal kurz unterhalten. Aber fang nochmal an, wie war der Saisonstart der Schröder-Liga so? Wie siehst du das Kräfteverhältnis und vor allem, wie läuft der Saison 5? Ja, also der Start für uns persönlich mit Saison 5 war recht erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben jetzt in acht Spielen 16 Punkte geholt. Haben in Auersmacher relativ unglücklich, unentschieden gespielt. Das wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen, wenn wir dort noch drei Punkte hätten holen können. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden. Wir haben uns für die Liga ganz gut aufgestellt. Eine sehr gute Mischung von jungen und erfahrenen Spielern. Also unser Konzept, auf die Jugend zu setzen, greift. Das fahren wir in der zweiten Mannschaft ja so, dass hauptsächlich älterer Jahrgang A-Jugend dort schon vertreten ist. Und das gibt uns natürlich einen ordentlichen Pool, um dort nach oben durchzufüttern. Und da gehen wir einen guten Weg. Mal sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Auersmacher ist für mich in der Liga absoluter Top-Favorit. Das haben sie untermauert. Ich glaube, wir sind die einzigen, die bisher gegen Auersmacher gepunktet haben. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass nicht so viele Mannschaften auch noch gegen Auersmacher punkten. Von daher sind wir, wie gesagt, sehr zufrieden mit diesem Start. Es ist eine super spannende, super schöne Liga, wo wir uns auch sehen als 3-0-5. Auch wenn diese Zeiten mit Oberliga, Regionalliga sind ja schon eine Weile her. Und ich glaube, wir haben uns da ganz gut gefunden in der Schröder-Liga. Saar, wo wir jetzt auch unterwegs sind. Ich konnte mich am Wochenende persönlich überzeugen. War beim Spiel gegen Rot-Weiß-Hasbon ja dabei. War wirklich ein guter Kader, der halt durch Jung und Alt glänzt. Habt euch sehr schwer getan. Am Ende 2-1 gewonnen. Vierter Platz stand heute vor euch. Ein Punkt davor ist Heilberg-Brehbach. Davor dann mit einem kleinen bisschen Abstand dann Mettlach. Und ganz vorne dann Auersmacher. Auersmacher habe ich bei dem Öffnungsspiel der Schröder-Liga gesehen gehabt. Eine ganz starke Mannschaft auf jeden Fall. Marc, wie schätzt du die Schröder-Liga dieses Jahr denn ein? Ja, gerade jetzt nach der Corona-Zeit war es ja echt mal zu sehen, wie die Mannschaften aus dieser Corona-Phase zurückkommen. Klar war, dass Auersmacher als Top-Favorit, gerade nach diesen Verstärkungen, die sie getätigt haben, dann auch als Top-Favorit in die Liga gehen. Wobei jetzt auch speziell 2.05 seit Jahren noch mal richtig gut gestartet sind. Ich denke, dieses Jahr ist auch noch mal eine gute Mischung da. Man merkt es auch, da ich auch da ein bisschen näher dran bin, auch an der Geschlossenheit, was damals auch einfach diesen Erfolg ausgemacht hat bei Saar 05. Und dementsprechend steht Saar 05 im Moment auch genau da, wo sie jetzt gerade hingehören in der Phase. Ganz hinten überraschende Mannschaften. Also für mich ganz klar, wer überraschend hinten steht, beispielsweise Köllerbach, Schwalbach, die momentan jetzt letzter sind Stand heute. Davor dann Rot-Weiß-Hasbon. Die haben jetzt am Samstag bei euch das nicht so gespielt, als wären sie der Absteiger oder das wäre ein Absteigerteam. Also da sind schon einige bekannte Mannschaften dahinter, wo wir zu Beginn eher gedacht hatten, Ottweiler-Steinbach, das ist ein sicherer Absteiger. Oder Bischmisheim, haben viele gesagt. Wie seht ihr das da hinten im Feld? Also ich glaube, Marc hat das schon richtig gesagt. Es sind viele Umstände, die dazu führen, dass Jungs ausfallen in der jetzigen Zeit. Es war direkt ein Start mit einer englischen Woche. Das ist auch nicht so einfach. Ich glaube, dass das eine Liga ist, wo schon jeder jeden auch irgendwo ärgern und schlagen kann. Man sieht das an Siersburg. Die sind auch gehandelt worden als Abstiegskandidat Nummer eins. Die punkten jetzt. Bischmisheim, das Gleiche. Du kannst in der Liga über Geschlossenheit unheimlich viel machen. Und gerade auch über Kampf. Da gibt es schon einige Mannschaften. Ich habe jetzt noch gegen keine Mannschaft eigentlich gespielt, die sich irgendwie aufgegeben hat oder sonst was in dem Spiel. Von daher werden das ganz viele enge Duelle. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt einen Absteiger geben wird, der mit deutlichem Abstand runtergeht. Und ich sehe es schon relativ eng. Also auch wir, wir stehen jetzt zwar mit auf dem vierten Platz, aber das hat noch nicht so die Riesenaussagekraft. Mettnach und Auersmacher sind für mich schon vor Beginn der Saison eigentlich die Mannschaften gewesen, die dahin gehören. Stefan Brebach hat unheimlich viel Pech, glaube ich, jetzt auch mit einem kleinen Kader und Verletzungen. Da gibt es noch die eine oder andere Mannschaft. Aber ich glaube, an der Spitze zeichnet sich schon ab, wo es hingeht. Das würde ich jetzt für unten den Abstiegskampf eigentlich noch nicht so deuten. Ja, das kann man so auf jeden Fall sagen. Die Schröder-Liga ist eine sehr, sehr spannende Liga. Das ist ja die einzige saarländische Liga, wo auch der zweite Platz was wert ist. Und zwar der zweite Platz in der Schröder-Liga berechtigt für die Quali-Runden. Eine Dreier-Quali-Runde. In der Verbandsliga, Landessieger und anderen Ligen gibt es ja der zweite Quali-Platz diese Saison nicht, sondern da zählt nur der erste Platz. In der Kreisliga und Bezirksliga kann es natürlich sein, je nachdem, wenn Plätze frei sind, dass dann vielleicht einer mit aufrückt. Aber der zweite Platz ist nichts wert. Das ist der einzige Platz. Das ist die Schröder-Liga. Wenn Samuel 5 am Schluss 2 da steht, kann man heute schon sagen, dass ihr vielleicht meldet oder dass ihr das Quali-Spiel macht. Kann man da schon was sagen? Ist da den Jungs was versprochen worden? Nee, soweit denken wir nicht. Ich würde es weder ausschließend noch sagen, dass wir es auf jeden Fall machen. Weil wir wissen, wie dieser Weg ist in die Oberliga. Ich glaube, dass die Oberliga auch vor einer relativ ungewissen Zukunft gerade steht. Ich weiß nicht, ob die die Liga reduzieren auf 18 Mannschaften, wie es dort weitergeht. Wir lassen das auf uns zukommen. Wir werden den Jungs nicht verbieten, Spiele zu gewinnen. Und wenn es am Ende so sein sollte, dass wir auf einem der ersten zwei Plätze stehen sollten, werden wir auch mit den Jungs das Gespräch suchen. Und wenn der ganze Kader sagt, wir machen das und das für den Verein finanziell realisierbar wäre, dann kann ich mir vorstellen, dass das geht. Aber das ist noch sehr, sehr weit weg und deswegen beschäftigen wir uns damit eigentlich nicht. Sollte Fragen muss man natürlich machen. Marc, wolltest du noch dazu was sagen? Naja, ich sehe das auch so. Gerade man soll jetzt erst mal die Spiele spielen lassen. Ich gebe auch gleich was in Phrasenschwein. Gerade kurz dazu. Aber ich denke auch, das ist noch Anfang von der Saison. Ich denke auch, dass nach hinten raus wird noch sehr viel passieren. Und von daher warten wir einfach das Ganze mal ab. Genau. Ihr habt gerade die Oberliga schon angesprochen. Ja, genau wie Gesacke hat, die Phrase haben wir natürlich nicht überhört. Definitiv. Für den karikativen Zweck. Wir haben uns ja schon vorbereitet uns. Wir haben ja gerade kurz schon die Oberliga angesprochen. Wir müssen, wie gesagt, einen Satz zwei über die Oberliga, Regionalliga. Und natürlich noch kurz zum 1. aus Saarbrücken natürlich sagen. Ja, ihr kennt ja auch die Ligen auf jeden Fall. Die Oberliga ist ja gestartet in dem Fall. Ein überraschender Mannschaft. Wiesbach, die teilweise 1 gestanden hat. Nur jetzt ein Spiel verloren hatte. Die dort recht durchgeht. Elversberg 2. Völklingen, die dort jetzt ein bisschen schwächen. Und Eppelborn ganz am Schluss stehen. Bei Jägersburg und bei Diffeln weiß man nicht genau. Wie seht ihr das am Schluss? Wer spielt da Aufstiegsrunde? Wer spielt da Aufstiegsrunde von den saarländischen Vertretern? Was ist so eure Meinung? Ich denke, das zeichnet sich auch schon so ein bisschen ab. Ich denke, dass Eppelborn jetzt eher wenige Chancen hat, da wir in die Aufstiegsrunde mitzugehen, sondern eher unten mitkickt. Mit Wiesbach, klar. Elversberg 2 ist eigentlich immer mitzurechnen. Je nachdem, was sie auch abgestellt bekommen. Weil die die letzten Jahre eigentlich eine gute Arbeit dort gemacht haben. Und Völklingen wird auch noch kommen. Die haben jetzt den Trainerwechsel. Ich denke, die haben da jetzt ein bisschen Aufschwung bekommen. Haben jetzt natürlich auch gewonnen. Und davon gehe ich aus, dass sie auch noch kommen. Also es wird, denke ich, hin raus schon noch spannend werden, wenn da an diese Auf- und diese Abstiegsrunde geht. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Wiesbach für mich nicht ganz so überraschend. Ich finde, dass Wiesbach sehr, sehr schlaue Transfers getätigt hat, auch in den letzten Jahren. Das macht der Michael, mein Kollege, wirklich gut. Die haben einen sehr, sehr guten, breiten Kader vor allem. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Völklingen fehlt. So die Kadertiefe. Da haben sie jetzt, glaube ich, ein bisschen noch nachjustiert. Spannend. Also spannend zu beobachten. Jägersburg ist für mich auch ein Phänomen. Ich glaube, letzte Woche 5-0 gewonnen. Also auch so ein bisschen Wundertüte. Ist natürlich klar, die Mannschaften versuchen jetzt möglichst gut, sich zu platzieren und zu punkten, wegen dieser Aufteilung Aufstiegsrunde, Abstiegsrunde. Weil wenn du jetzt in die Aufstiegsrunde kommst, bist du ja eigentlich schon safe, was den Abstieg angeht. Und deswegen, glaube ich, wird das schon noch eine ganz heiße Phase mit ganz vielen Spielen. Der Plan und Kalender bei den Mannschaften ist ja, glaube ich, sehr eng gestrickt bis zur Winterpause. Und ja, wir beobachten das natürlich, sprechen auch drüber, weil es interessiert halt einfach und ehemalige Spieler von mir, von uns, spielen ja auch in den Mannschaften dort. Und es wird spannend, glaube ich. Ja, ich denke auch sagen, Elversberg 2, viel Verletzungsmächte, eine ganz, ganz junge Mannschaft. Jens Kiefer hat mir letztens gesagt, es gibt aber gar keinen Druck. Wir warten das mal ab, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt kurz Elversberg angesprochen, gehen da kurz in die Regionallige, müssen die beiden Saal-Nicht-Vertreter kurz erwähnen, der SV Elversberg und der FC 08 Homburg. FC 08 Homburg etwas schwächer gestartet. Da hat schon der eine oder andere gesagt, hat halten die die Klasse oder so. Und bei Elversberg hat gleich gegen die beiden Mitkonkurrenten, gegen Ulm verloren und gegen Kickers Offenbach, dann ja unglücklich unentschieden gespielt. Das war natürlich ein Fehlstart, ein leichter Fehlstart. Wie seht ihr die Chancen der beiden Saal-Nicht-Vertreter ganz kurz? Also wenn es darum geht, aufzusteigen, sehe ich, dass diese Saison, denke ich, eher noch mal ein bisschen kritisch. Weil ich denke, für die Vereine ist es wichtig, gut zu starten. Das ist jetzt nicht geglückt. Die werden jetzt nicht da bleiben, wo sie jetzt stehen. Aber ich denke, gerade Elversberg haben ja schon das Vorhaben, aufzusteigen. Und klar, mit dem Start ist jetzt eher kontraproduktiv das Ganze. Und ich bin mal gespannt, ob sie es noch hinkriegen, ob sie es noch gedreht kriegen. Weil, ja, die Regionalliga ist jetzt auch immer so ein bisschen, dass Offenbach oder Ulm auch mal vielleicht mal so eine Schwächephase haben. Und da muss halt dann Elversberg da sein, um das Ganze zu punkten. Und Homburg sehe ich jetzt nicht. Die haben auch einen guten Kader für die Regnalliga. Das muss man schon sagen. Aber ich denke, wir sind ganz unbezentriertig für Homburg. Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht lassen wir dann Timon noch kurz was sagen zu unserem Seinig-Vertrehen-Dritten-Liga, der eben im 1. FC Saarbrücken. Ja, viele kleine Probleme im Umfeld. Kommen wir nachher noch kurz drauf zum Schluss. Aber wo siehst du der 1. FC Saarbrücken nachher landen? Im Mittelfeld, vorne mitspielen oder doch im Abstiegskampf? Also ich habe mir jetzt leider noch kein Spiel live angeschaut. Kriege das natürlich mit, was so die ganze Euphorie mit dem neuen Ludwigs-Park angeht. Will unbedingt auch mal hin. Bin auch wirklich sehr positiv überrascht. Jetzt nicht unbedingt, aber positiv gestimmt, wenn ich das sehe. Bei den Fans ist kaum was Kritisches noch. Die pushen ihre Mannschaft ohne Ende. Davon profitiert die Mannschaft, glaube ich, auch. Ich bin total glücklich, wenn ich den Trainer sehe, den Uwe Koschin hat, weil er einfach eine gewisse Art hat, die du heute nicht mehr so oft findest an der Seitenlinie. Mir gefällt das ganz gut, weil ich ein ähnlicher Charakter und ein ähnlicher Typ bin, der das so mitlebt und mitfiebert. Ich wünsche im 1. FC Saarbrücken das Maximum, das ist klar. Ich glaube, das ist ein Zeugkampf für das vorderste Drittel. Aber die 3. Liga ist schon auch gut besetzt, wo Kleinigkeiten oft entscheiden. Es wird auch wieder ein harter Kampf. Ich kann berichten, dass ich am Samstag live im Ludwigspark war. Die Stimmung war sensationell. 6.300 Zuschauer. War nicht ganz ausverkauft, weil die Gästefans nur 50 Leute mitgebracht haben. Aber eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung. Auf Fußball News Saarland kann man auf der Facebook-Seite auch noch ein super Video schauen. Von der Stimmung, was die Fans gemacht haben. Also ein Besuch in jedem Fall wert. Kann ich jedem empfehlen. Wir wollen ganz kurz noch über die Amateur-Mannschaften sprechen. Fällt euch eine Amateur-Mannschaft ein, aus der Kreisliga- bzw. Landesliga-Verbandsliga, die diese Saison etwas heraussticht? Jetzt schon die ersten sechs Spieltage. Fällt euch da spontan jemand ein? Ja, also wie die letzten Jahre eigentlich der FC Rastfugel. Das ist schon einfach eine Mannschaft, die eine Liga höher gehört. Die haben natürlich extrem Pech gehabt, was jetzt die Saisonabbrüche angeht. Und jetzt im dritten Jahr in Folge dominieren sie eigentlich ihre Liga von vorne weg. Und Christian Puff, der Trainer, ist ja auch ein ehemaliger Spieler von mir. Ich drücke ihm da die Daumen, dass es dann dieses Jahr endlich klappt, dass sie es durchziehen. Weil die machen einfach tolle Arbeit. Die Jungs spielen einen sauberen Fußball. Am Wochenende 9-0 gewonnen habe ich gesehen in Perl. Und das zeigt ja auch schon, dass sie für diese Liga vielleicht einfach einen Tick zu gut sind und eins nach oben gehören. Ja, das stimmt. Es wäre auch nochmal schön, wir sahen im Fünf ein Derby gegen die. Das war auch immer hitzige Duelle. Und von daher, klar, die gehören einfach auch in die Liga drüber. Aber es machen es bestimmt mit zu erwähnen, die da oben immer mit der Schröder-Liga voran marschieren. Und ja, da zeige ich so diese zwei Mannschaften vielleicht im Moment am deutlichsten ab. Ich meine, ein Auge hat man immer auch auf den FC Saarbrücken 2. Das ist natürlich auch klar. Die spielen bei unserer zweiten Mannschaft dann auch in der Liga, wo jetzt ja Blies Ransbach vorne ist. Also da schaut man auch immer wieder mal hin, weil es einfach ein spannendes Projekt auch ist, wie es angenommen wird, wie es umgesetzt wird. Und ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, wir sind ja im Ende September sind wir jetzt schon. Wir müssen schon in die Halle schauen. Überraschende Pressemitteilung. Vor zwei Wochen hat der Vorstand des Saarland-Fußballverbandes entschieden, das Hallen-Master in jedem Fall durchzuziehen. Der Termin für das Endspiel ist der 6. Februar 2022 in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Die Frage, wie seht ihr das Ganze? Und vor allem die Frage jetzt aktuell. Bis zum 15. Oktober 2021 kann man beim Saarland-Fußballverband die Quali-Turniere anmelden. Hat Saar 05 ihr Turnier schon angemeldet? Das ist ja immer das Größte. Über mehrere Tage, der Joachim Deck am Halle hier in Saarbrücken. Immer gut besucht, immer im 1. FC Saarbrücken am Start. Gibt es da schon Informationen? Ja, also wir haben unser Turnier gemeldet. Das findet auch definitiv statt. Beziehungsweise, wenn es die Corona-Maßnahmen und Regeln zulassen, findet es statt. Ich hoffe es sehr, ich wünsche es mir sehr für alle Fans im Fußball-Saarland, dass wir das gut über die Bühne bekommen. Der 1. FC Saarbrücken hat bei uns auch schon zugesagt. Das ist natürlich ein Zugpferd, weil was die Jungs da an Stimmung gemacht haben die letzten Jahre, das war sensationell. Das habe ich selber so in der Halle noch nicht erlebt. Und selbst beim Hallen-Masters findest du das wenig, dass die Jungs so euphorisch dabei sind. Da sind wir sehr glücklich drüber. Dieses Jahr haben wir so ein bisschen Pech mit dem Termin. Wir müssen am 1.1. auf jeden Fall die Endrunde spielen. Das wird also ein neues Turnier. Den ein oder anderen Spieler nicht ganz so schön, der dann vielleicht auf dem Platz unterwegs sein muss. Aber da freuen wir uns unheimlich drauf und hoffen, wie gesagt, dass wir es trotz Corona dann so gut wie möglich durchführen können. Ja, ich hatte mir letzte Woche jemand gesagt, dass bereits zehn Mannschaften gemeldet haben im Turnier. Wenn ihr jetzt noch dabei kommt, vielleicht haben wir nachher ein paar weniger Teilnehmer, vielleicht so ein bisschen 15 bis 20. Aber ich glaube, dem Charakter wird das nicht abbrechen. Viele freuen sich, wie viele Zuschauer am Ende dann den 6. Februar dann teilnehmen können. Der Saarbring muss mal schauen. Weiß aber, dass der Saarbring auch plant, das Ganze zu übertragen auf verschiedenen Kanälen usw. Da ist einiges in der Mache. Der neue Vorstand dort hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Marc, wie sind deine Hallenerfahrungen, vor allem Master-Geschichten, das macht dir das Turnier aus, das Flair? Ja, jetzt insbesondere, dass es jetzt in der Saarlandhalle stattfindet, ist natürlich schon mal allein die Atmosphäre, jetzt die Umgebung mit der Saarlandhalle, schon mal was ganz Besonderes. Meine Erfahrungen sind jetzt im Hallenmaß, das ist jetzt nicht so erfolgreich, souverän in der Vorrunde ausgeschieden. Das war damals noch in Erbach gewesen, genau mit Sander 5. Und das war auch mein einziges Master, das ich gespielt habe, also sehr erfolgreich. Aber ich muss auch dazu sagen, unser eigenes Turnier habe ich auch schon gewonnen. Von daher habe ich schon ein paar Turniere gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube für die Vereine ist es nochmal wichtig, dass diese Hallenturniere nochmal stattfinden. Weil ich glaube, da geht auch viel Budget für die Runde, wird damit eingeplant. Und klar, und ich glaube so eine Hallenrunde, sowas ist einzigartig. In Deutschland glaube ich, so wie es im Saarlandstand findet. Und deshalb denke ich, ist das immer ein Plus, nochmal ein Gewinn für den Fußball, wenn das nochmal stattfindet dieses Jahr. Die Entscheidung ist absolut richtig gewesen, sehe ich genauso. Wir sollten uns auch das Thema Corona, da nicht viel diskutieren. Da ist nicht mehr viel zu diskutieren. Wir können nur hoffen, dass die viele Menschen sich impfen lassen. Wir drei hier vorne sind geimpft, deshalb können wir hier sehr nah beieinander hucken. Das ist optimal. Es freut mich auch, dass wir hier das Format hier können machen, hier in der Soccer Arena Saarbrücken. Zum Schluss würde ich, wie gesagt, natürlich noch ein Aufregerthema. Muss dafür natürlich nicht fehlen. Und ein Aufregerthema die letzten Wochen ist eigentlich das Erdmann-Urteil gewesen. Jetzt hat gestern schon der 1. Saarbrücken noch einen Spieler verpflichtet für diese Position. Noch einer ist im Probetraining dort. Man hat so das Gefühl, man rechnet damit vielleicht, dass das Urteildach am Schluss doch noch scheitern wird und dass man den Spieler vielleicht muss kündigen fristlos. Das sind alles so Überlegungen, die momentan aufkommen. Aber grundsätzlich, wie seht ihr beide dieses Urteil? Ich sage mal so, wenn er es gesagt hat, also wenn das wirklich so war, wie es dargestellt wird, dann ist er natürlich berechtigt bestraft worden. Da brauchen wir nicht groß zu diskutieren. Klar ist es so, die Umstände, die es ein bisschen hergeben, diese Aussage gegen Aussage. Aber letztendlich ist es Fakt, wenn er das gesagt hat, dann ist die Strafe rechtlich. Letztendlich hat er sich damit geschadet, er hat dem Verein geschadet und es ist halt auch eine große Unruhe jetzt. Dementsprechend denke ich jetzt auch, ich glaube, es war jetzt auch ein bisschen ein bisschen ein Freiheitsschlag gegen München jetzt, der Sieg. Und klar, der Verein will jetzt berufen und will ich auch hinter den Spieler stellen. Und deshalb ist da abzuwarten, was da noch passiert. Aber es ist ja auch ein Zeichen, wenn jetzt ein Abwehrspieler verpflichtet wurde. Es ist ein Probetraining, wie du sagst. Und deshalb ist abzuwarten, was da jetzt noch die nächsten Wochen passiert. Also ich sehe es eigentlich ein bisschen kritischer, eher so pro Erdmann aktuell noch, weil ich meine, ich bin jetzt nicht tief in dem Thema drin und kriege das ja auch nur aus den Medien mit. Aber wenn ich die Faktenlage so betrachte, wie sie ist, dann schockt es mich ein bisschen, dass aufgrund von Behauptungen von irgendwelchen Spielern, ohne dass eine Beweise vorliegen, wirklich aussagekräftige Beweise vorliegen, dass der Spieler dann gesperrt wird, aufgrund von irgendwelchen Aussagen, wie du gesagt hast, Aussage gegen Aussage. Das finde ich ein bisschen zweifelhaft, auch wenn man so in die Zukunft reindenkt, weil damit Tür und Tor eigentlich geöffnet wird. Ich finde, der 1. FC Saarbrücken geht damit genau richtig um, dass sie Berufung einlegen. Der Verein hat sich ganz klar positioniert. Die Fanszene ist nicht bekannt dafür eigentlich, dass sie in der Richtung irgendwie negativ aufgefallen ist. Sie haben sich klar positioniert, sowohl Fans als auch Mannschaft in den letzten Heimspielen. Das finde ich wirklich gut und bin gespannt, wo es hinführt. Und ich fände im Sinne des Sports gar keine Frage, wenn er das gemacht hat und gesagt hat, gehört das nirgendwohin. Und dann reicht auch keine Sperre von vier Wochen, gar keine Frage. Aber solange das nicht bewiesen ist, finde ich, sollte man sehr vorsichtig und sensibel mit dem Thema umgehen. Denn im Zweifel finde ich immer noch für den Angeklagten. Ja, vor Gericht ist man... Oh ja. Ja, genau, korrekt. Vor Gericht ist man natürlich auf hoher See manchmal. Das weiß man es halt nicht. Die objektive Beweise fehlen etwas. Mir hat noch keine beeidestattigte Lippenleserin gesagt, da ist das Wort Nicker gefallen oder so. Deshalb muss man abwarten, wie sich das entscheiden wird. Der FCS hat am Samstag ein klares Zeichen gesetzt. Die Fans und die Spieler haben ein klares Transfans gemacht vor dem Spiel gegen Rassismus. Ich halte die Aktion für sehr gut, sehr gelungen. Es war auch jetzt bei Türkeitsch München ja auch nochmal ein Verein mit Immigrationshintergrund. Auch keine Vorfälle am Samstag gewesen. Und die haben einfach auch stark gespielt, ein klares Zeichen gesetzt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das Thema wird uns aber auf jeden Fall noch weiter... Ja. Wird uns noch begleiten. Begleiten, korrekt. Ja, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Aber auf der einen Seite ist es halt auch schon mal gut, dass da Stellung genommen wird, auch von der Vereinsseite her. Und ich denke, ja, vielleicht passiert da noch was in die Richtung, dass es vielleicht auch noch ein Freispruch oder vielleicht gibt es da noch andere Hintergründe. Das muss man jetzt halt immer abwarten. Die gehen ja noch in Berufung. Und von daher bin ich echt gespannt, was da noch passiert. Das warten wir ab auf jeden Fall. Kommen wir nun zum Ende unseres Talk heute. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste gewesen seid. Und wie das halt so üblich ist unter Fußball, würde ich sagen, stoßen wir an. Auf den ersten IKK Südwest Soccer Talk von Fußball in New Saarland. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Auf ein baldiges Wiedersehen, Marc. Wir haben ja bald nochmal... Wir haben das Vergnügen. Dieses Vergnügen freue mich. Ich mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank.